Zwei Leuten ist definitiv schon 10 Minuten sehr viel. Ich fahre hier ganz geschmeidig meine Runden und baller meine Lines. Fick die Hater. Was sie reden, alles lieb. Ah ja. Fabel hat gefragt, ich packe fett zu töten. Oh Mann, 5 Minuten hier gespielt und wir beide sind etwas passiv. Ich aktiviere sie. Was machst du denn, John? Tschüss. 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 Könnte ich locker. Ja, ich hätte eigentlich abbiegen müssen. Und das war auch noch ein Fehler. Okay, so ein Okay. Jetzt sind kein link in der Reise. Ja ja, ne NOOP!!! Untertitelung des ZDF, 2020 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 zwecht noch beinahe Gilles ein Strahlen gefahren die Schneppeler 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 Streichholz Streicher eine Strahlchen bald können balken gestalten balken balken la starten balken balken und sie schrien nach Klopapier Klopapier und sie schrien nach Klopapier und dann kam der dritte dritte setzte sich in die Mette Mette und sie schrien nach Klopapier und dann kam der vierte vierte der die scheiße sortierte und dann kam der fünfte der die nate rümpfe der wäre der ist immer noch nicht gestorben der Typ ne doch der Blackman Blackman ist einmal gestorben ja ja WTF hohohoho gleich zwei abgesahnt Bruder Schätzelein ich bin da ja champ ist not away der champ ist im heart meine fans ganz schön absagen wer ist der schwarze man nein ja das was natürlich komplett du sagst du nicht sagen weil wir schon mal mit so einer ausdenken freunde ab genau mit dem türken da der bei do ja mit diesem chan sein vater arbeitet beim dogan der ist der sieht aus als wenn er eine Behinderung hat Gideon pass auf ich war ich war ja ich war ja mit 20 fußball zocken und furious war ja auch mit am start und furious haus zu denen so raus ihr türken ihr könnt und müsst ihr machen oh alter da dachte ich mir jetzt geht's ab junge alter er sagt tatsächlich zum türken oh ja ihr türken ihr könnt ihr eh nur aus der döner machen alter alter der hat's gerissen mit dieser line junge man oh ja ihr türken oh ja ihr türken ihr könnt ihr auch bloß dünner machen alter alter und dann hat er gesagt ja mein vater arbeitet bei dogan und hier und jenes ja bruder hör mal leise du gehst gleich raus du du kleiner peach wie du kleiner peach bre er muss nochmal sterben scheiße und dann kam der Gideon ö und dann kam der Patrick Der sieht aus als der denn wirklich beladet, ne ich finde wie die auch nochmal redet und aussieht ö ö ö ö um who um die kann ich ja da ich hab doch gelenkt ey da wie doller jetzt auch gar nicht Digga ich verlieh die runde Tatsache in diesen Grün obwohl ne die kann aber werden jetzt so jetzt muss ich den Grün und dann kam der Achtel bei dem dein scheißen Krachtel und er schrie nach Soberpür und er schrie nach Soberpür und da kam der neunte ey man pisst dich doch mal du orangennappfisch du ey den bringe ich jetzt um den bringe ich jetzt um ey was geil ist ich kann gewinne doch noch ey ja jetzt muss ich hier auf diesen ey ne dann bringe ich jetzt den Grün um dann gönne ich jetzt lieber dir statt um the black people was ist das denn hä ich hab mich nach vorne geguckt und ich hätte diesen grünen und ich hätte diesen grünen beinahe gekriegt und der neue champion of the world the black man Leonie ich stell mir vor Leonie sag jetzt wie lange was sag erst wie lange ich frag nein ich für also die frage ist wie lange oh ich sag mir nicht mit einer Runde und dann war es zum ersten mal gibt es eine zweite Runde am heutigen Tag ach ne dann gewinne ich ja Donner im Turnier also es gibt es gibt kein new deadline champion es gibt kein still ne ich hab aber ich hab gedacht dass es nur eine Runde gibt weil es war in den letzten Runden jetzt so 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 er hatte einen Kill mehr als ich also wollte ihn noch durchhalten und dann hab ich den typen beide den selben Gedanken gehabt ja ja dieser black man gehst du gleich im Konkurrenzkampf mit ihm sehr geil Sani halt deine Schnauze zieh 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 halt deine Schnauze lass doch mal den A ach man ey du hast immerhin als zukünftigen Fußballprofi bei dir zu sitzen ja und hier spielt Osama also Black Man hier oder was Leonie der ist ja Leonie ach so deine Freunde jawohl das fällt nicht und so ah ja ich kam schon die ganze Zeit ja er schobst mich gegen die Wand und dann hat er es jawohl ich bring den Spaß hier um ey ich schwör dir das ich mach jetzt Jagd auf den denn ich mache para 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 balla balla mit meiner aca aca tut so als wenn der deadline kann hier der Leonie alter ich bin ja wohl ich bin ja wohl in diesem Bild kann er schön aber ihre Frauen WG oder eher letzten WG bleiben du bist böse alter du bist richtig böse warum ist sie da überhaupt nein äh ihre Familie wohnt in Leipzig ich weiß jetzt nicht aus welchen Gründen habe ich jetzt noch nicht genau nachgefragt so ich ach schade ich habe gedacht ich hätte jetzt den grünen Spinner umgebracht ey ich versuche für dich grad den grün umzubringen aber ich will das Sprungteil haben war jetzt an der Stelle sogar nötig glaube ich hm hm Frage rechnet er jetzt mit mir? hm ja scheinbar doch voll sechste der beim scheißen kläckste so wie Can auweia alter Gida du bist ja echt migrantenfreundlich also Mann oh Mann ja ja jetzt rausreden hier wieder Emre Can lass Emre Can aus dem Spiel der Fußball ist da der hat eine Behinderung wirklich ohne Scheiß ist ärztlich bewiesen ja ja Alter 5 Minuten ohne Behinderung und zwar Nerven Nerven ist was normales glaube ich ne Nerven ist nichts normales der Nerven ist dumm äh trifft das dann auch auf David zu ab und zu? ich weiß ganz genau dass du auf jeden Fall das Sprungteil hast, deswegen verpissst du mich jetzt mal ja 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 jetzt ist es weg aha ja der grüne und der orange machen hier auge ich habe da auch vor spielen ich spüße jetzt mein Urin Jolla wohl mit den Kugeln singen ah schade ich hätte gedacht ich habe den grünen oh ha jetzt habe ich ihn gehabt den jetzt habe ich ihm seine Ehre genommen Ehre entwendet oh jetzt bin ich in Führung und dann hätte ich theoretisch das Match gewonnen Aushalten kein Thema Sonny hol mal Essen Chips und Cola besitzt ja gerade gerade er der Jolla rausrennen darf meine gesunde Ernährung meine gesunde Ernährung meine gesunde Ernährung Schips und Cola ja holen wir wieso wieso hat Niklas eigentlich in dieser Gruppe diesen Echse als Profil wird erstmal gemacht habe ich ja nicht verstanden das ist doch nicht Echse du Idiot aber der sieht so ähnlich aus wer ist denn bitte der wohnt in Evers Walde der Stichklas ich glaube den habe ich schon mal am Markt getroffen ja der ist richtig der hat wirklich Ähnlichkeit mit Echse so ein bisschen so ein ganz kleines bisschen Boah Digga das war Mahlzeit Mahlzeit Freunde ne ich kaufe ne ne der Typ ist aber nett den kenn ich ja ok na dann also nicht befreundet so aber von das soll wirklich nett sein ach komm alter Yoko alter was bist du für ein japanischer Peach alter Dein Bruder Dein Bruder quatscht da so ja ist Yoko ich heiß Klaas oder was also was ist das denn Yoko gegen Klaas machen wir hier was macht dann dein Bruder hier für die spräche der sieht mir gerade Ohl drauf er hat eine Wahrnehmungsstörung ah ja warte mal warte mal Wahrnehmungsstörung AIDS sind das gleich zwei Krankheiten was sind hier los ich bin ich bin dann guckst du war ich bin auf dem Weg nach oben mini million alter man das Motorrad ist auch gestohlen der eben ist ganz genau ich bin gestorben und deswegen baller los kurie haben wir los gegen pinki ja was nur ich würde gegen die Wand fliegen obwohl einmal kann ich das da machen Yoko kommt Yoko kommt du fliegst gegen die Wand und Yoko Yoko hat sich schon gefreut hm er hat sich schon die Finger gerieben hm jetzt krieg den Bundeswehr Ja, wenn ich könnte, könnte ich auch die ganze Zeit fliegen mit dem Motorrad, es gibt ja so einen Bug. Naja, aber guck mal, dein Kumpel hat auch Selbstmord begangen, also das heißt, du bist... LOL. Digga, der Grüne ist ja mal richtig schlecht. Heißt, es gibt noch eine dritte Runde, ne? Durchaus, ja. Weil John wird sowieso nicht gewinnert, er ist ja zum Scheißens mit dem. Au, ja. Da hast du jetzt aber einen Spruch gelassen. Mutig, mutig. Mutig? Ist ja gar nicht. Du, du Klos, du. Du, du Schnäppele, sag dir gleich. Fick die Hater, mach ein paar Batzen. Drei Tage wach. Drei Tage wach. Dün, 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 dün. dein großer bruder muss sich konzentrieren ich muss mich konzentrieren bei euch hier deswegen bist du gerade verreckt die kabel gerade ja 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 hast du hast du wahrscheinlich wieder aus mitleid gemacht naja ja ja beide rasiert alder jetzt aber ab bis die alle zwei kann ich dazu nur sagen und die boden von star agent getötet und sie schrien der champs aber sitzt der irgendwo in der ecke es hört sich so an als würde der irgendwo in ecke sitzen und nö nicht in den schrank stecken oh ja das ist herrlich wie unfair nein der black man hat mich getötet ich hätte gewinnen können ich hätte gewinnen können also was hätte ich gewinne jetzt habe ich jetzt habe ich jetzt habe ich kann nicht machen wir können nur hoffen was war wie bitte wie bitte fickt die helder fickt die helder ich mach para para ich weiß ich mache jetzt die dritte dritte runde ich habe die meisten kills von allen schaust dir an das heißt ich muss nur noch durchziehen ich gehe jetzt auf passiv ja hatte ja du weißt eigentlich habe ich noch nie so ein end ding verloren aber naja wieso du hast dann auch die chance wieder zurück zu kommen wenn du jetzt gewinnst dann gibt es da noch eine vierte runde ich habe die chance zurück zu kommen ich gewinnst dann gewinnst du halt aber du kannst gerne gewinnen von mir aus aber in der nächsten runde können wir nicht so vereinbaren kommt ja drei runden eingestellt nein aber er hat einmal gewonnen ich habe einmal gewonnen also gibt es eine dritte runde und wenn ich jetzt gewinnen habe beide verloren vielleicht gibt es eine vierte runde oder vielleicht wird es von kitzel entschieden keine ahnung aber wenn du gewinnst dann dürfte es eine vierte runde geben aber ich habe es noch nie erlebt aber wenn du jetzt oder mal wenn du warst davor erst dann warst du mal schön in meiner linie rein schade woanders rechnung wie gesagt ich sterbe meistens nur durch selbst das ist wahr drei tage wach kann ich nur unterschreiben oh man mal wieder der yukon alter der yuku der songgoku hier der penner soll man eine doku über wale drehen bis die alle jetzt kommt hier mister schickimicki außerdem konzentrieren ja extra das ist ja einmal schon gestorben aber hier dieser grüne grüne apfel hier grüne apfel scheiß hier scheiß jetzt hat er meine ehre genommen jetzt sieht es für den champ nicht mehr gut aus oder vielleicht doch haha das hört sich wirklich so an als würde der irgendwie aus dem schrank sprechen ich stelle mir gerade so bildlich vor wie sunny da so in der letzten ecke du brauchst dir nicht so vorstellen der typ ist halb tot der nimmt sich ein beispiel an mir so logisch er ruft schon wieder mein name hat es mit ihm ja moin ich hätte mein boost einsetzen sollen dieser yuku der regt mich so weit von uff yuku alter geht zu pro 7 gehen mit deinem bruder klas irgendwo in irgendwelchen eck wieder spielen in irgendwelchen restaurants wettessen machen und dann kannst du noch mal wieder kommen vorher nicht jetzt muss ich mich schon wieder mit black man messen alter ich könnte kotzen im strahl lal ok wache ist blutwurst oh also ich hätte wollte eigentlich nur juku töten aber dass du da rein fährst ist auch nett ich bin dank dafür man juku alter mal hängst du gerade einmal im schwanz der bis ja alle oh yes warum hatten jetzt noch acht leben die gerade geht ja nicht ich habe aufgeführte ist gefühlt so ganz oft gestorben ja das finger ja wir kriegen ihn so oder so ich krieg dich alle jetzt muss ich ihn haben jawohl jawohl du wirst niemals zweimal erste im moment sieht es gut aus würde ich sagen ich muss jetzt so weiterhin bleiben digga nicht wieder anfangen zu träumen digga john komm du musst weitermachen du musst weitermachen digga dieser joku der geht mir sowas von auf die eier da fährt ein stein dein strahl rein weil er mich töten wollte ist sehr dumm ja das passiert wenn man an dem schwanz von dem streichholz dem one könnte er den haupt herausforderer nummer eins ja wenn man bei dem dran hängt du lutscher du luder du dreck sau ach leck mich doch am arsch ehrlich jetzt jawohl immerhin hast du diesen pisser noch gekillt ich heiße jetzt müsste ich aufpassen der grüne apfel baum hier wirklich normal die blätter pflücken dieser joku aber der hat keinen anderen effekt als anderen leuten auf den geist zu gehen für mehr ist er nicht zuständig dann stirbt nur auf der jetzt immer ein stück zu machen warum so einfach an zieh vorbei weil es mit dir los wenn du die chance nicht nutzt dann müsste er weiter kein turbo ja ich auch nicht deswegen kein angriff bis sie alle spinnst du affen sagt du man geht doch mal weg jetzt ich habe keine interesse also greift mich ja gar nicht mehr an jetzt habe ich aber gedacht so alles klar ja du bringt mich bei mir naja ich weiß aber manchmal hoffe ich so auf eine kleine überraschungseffekt und auch mit kleinen zufall und ein wenig glück und so aber naja so eine sache und da habe ich ihn vernichtet äh dass du mir hier am arsch klebst das ist eine bodenlose freckheit übrigens was du mit er denn hat er ihr bootstag oder was bald bald ah ja sehr sehr bald ach du scheiße er wäre der grüne jetzt mal klug gewesen aber ist er ja leider nicht ich ja fahr mal nicht der albera ne noch lange nicht was machst du ja ich gewinne du hast mann was wir doch mal machen so jetzt grüne der grüne kautz hier der muss auf jeden fall eliminiert werden so ja aber dafür dass der grüne ganz schön lange im titel rennen dabei war ist vorbei mit ihm das hat er sich jetzt selber versaut das könnte glattig sein weißt du der so führt der so richtig gut fährt und dann auf einmal bam 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 total abscheißt ja aber schlag aber ja schlagartig jetzt sind seine tode gekommen ach aber der ist immer noch im rennen das ist muss ich mich immer noch auf zwei konzentrieren äh ja jetzt ist glaube ich äh brö ja moin ja sunny tut mir leid aber so einfach sei leise du frosch froschkönig froschkönig das klingt könig das ist Frosch Hartz IV Alter Frosch Hausmeister ne ist ja auch was geilet der Hausmeister 30 Sekunden der Butler ne ne John gewinnt hier never komm 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 ich muss hier irgendwie weg ja moin das war's komplett das war's komplett und dann 2000 f*** die Hater lass sie reden bam ich mach batzen ja im einzigen eins wirst du ja immer verlieren hat mir, hat mir gut gefallen naja ja aber guck doch mal die Killzahlen ich hab vier mehr als du und dieser andere Typ und hab sie mehr als der letzte und der letzte hat mich dreimal gekillt wichser 24 naja gut black man hatte die hat es anscheinend nicht gut gefallen ach 102 102 102.000 Bargeld ach herrlich wahrscheinlich ist black man zweiter es geht gar nicht erste Runde war er erster dann war er zweimal dritter so also ich wäre jetzt für Deadline 5 und ich war immer zweiter mach keinen Sinn nicht es gibt die das die